Oh, guck mal, Asterix. Was sind denn das für Tiere? Das sind Kamele, Obelix. Kamele, die sehen aber komisch aus, oder? Kamele, hab ich noch nie gehört. Kamele, aber die haben da so zwei komische Dinger oben drauf. Das sieht ja ganz komisch aus, so zwei Höcke. Aber ich weiß bestimmt, wozu das gut ist. Das wollte ich mir auch mal machen lassen, sowas. Man kann nämlich Wildschweine fangen und dann in seiner Haut auf seinem Rücken tragen. Und da sind bestimmt pro Kamel immer zwei Wildschweine drin. Dessen sieht das so komisch aus. Stimmt's, Asterix? Keine Wildschweine für dich. Keine Wildschweine? Es sind keine Wildschweine drin, Obelix, für dich. Tut mir leid. Ja, aber was soll denn da sonst drin sein? Sag es mir doch, Asterix, hä? Mirakulix? So, liebe Kinder, jetzt die Frage wieder an euch. Was haben die Kamele eigentlich in ihren Höckern? Sind da wirklich Wildschweine drin?